Hallo an die Krebse da draußen, hier ist Julia von Weil du Schön bist, jetzt mit deiner Legung zum Thema Liebe, Beziehung für den Dezember 2021. Falls du also den Krebs im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus hast, bist du hier jetzt richtig. Und ich sage auch noch einmal willkommen in meinem kleinen magischen Studio. Ich habe mir heute hier für ein bisschen mehr Licht gesorgt, habe ein kleines Universumslicht hier rein schalten lassen oder rein fließen lassen. Ich hoffe, euch gefällt dieses kleine weihnachtliche Arrangement. Ich habe versucht, mein Bestes hier zu geben, aber ja, wir haben tatsächlich sehr bald wieder wahrscheinlich ein Studio. Und dann gibt es die gewohnte Qualität hier auf dem Kanal auch wieder. Darauf freue ich mich sehr, ehrlich gesagt. Also drückt die Daumen. Jetzt geht es aber erstmal rein in deine Legung für den Dezember. Ja, bitte einmal die Energie für all die Krebse im Dezember zum Thema Liebe und Partnerschaft. Ich lege dir das keltische Kreuz aus und mische die Karten einmal, sodass ich sie dann von oben einfach abnehmen kann. Da kriege ich es stopp rein. Karte zur Seite. Und wir gehen als erstes in die Hauptenergie. Oh wow, der Sprung ins Glück. Ja, hier gibt es irgendwas im Dezember, was sich durchaus sehr glücklich macht. Vielleicht sogar eine Wunscherfüllung. Jetzt könnte man sagen, ja, tada, ist ja Weihnachten. Da kann sich ein Wunsch schon mal erfüllen. Das könnte vielleicht wirklich um die Weihnachtszeit sein, aber grundsätzlich sehe ich dich hier als sehr glücklich an. Das ist erstmal die Hauptenergie. Ein Wunsch, der sich erfüllt. Etwas, was sich zutiefst erfüllt und zufrieden macht. Eine sehr schöne Energie, mit der wir hier starten. Lass uns mal weiter gucken, was hier die Herausforderung ist. Die 8 der Münzen, da geht es darum, harte Arbeit in etwas reinzustecken. Und es kann sein, dass du dir diesen Wunsch wirklich hart erarbeitet hast. Ich nehme das aber so wahr, dass das kommt. Dass diese Wunscherfüllung da ist, dieser Sprung ins Glück, dass das da ist. Ich nehme es in dieser Konstellation wahr, als etwas, wofür du hart gearbeitet hast. Du hast lange daran gearbeitet oder lange darauf gewartet. Aber jetzt im Dezember fühlt es sich an wie, okay, es ist jetzt hier, es kommt. Gucken wir uns mal die Vergangenheit an. In der Vergangenheit haben wir hier die 8 der Kelche. Jemand, der aus einer Situation weggegangen ist. Die 8 der Kelche ist auch eine emotionale Distanz, die hier eine Rolle spielen kann. Jemand, der weg geht von 8 Kelchen, um, tada, in die 9 Kelche zu gehen. Und das ist das, was wir hier haben. Und deswegen ist es spannend, weil das, was ich hier gerade schon gesagt habe, ist das, was sich hier jetzt auch in dieser Konstellation zeigt. Denn für die 9 der Kelche hast du hart gearbeitet. Das ist nicht einfach so von heute auf morgen gekommen. Und das sehe ich jetzt in dieser Deutung auch. Weil die 8 der Kelche, da macht sich jemand auf den Weg, folgt dem eigenen Wunsch, den Herzenswunsch. Hört auf die eigene Intuition und weiß, hey, da ist noch ein bisschen mehr. Da gibt es irgendwas, was ich mir wirklich sehr, sehr erwünsche. Und deswegen geht diese Person weg von den 8 Kelchen. Auch weil die 8 Kelche vielleicht letzten Endes nicht das waren, was die Person so erfüllt hat. Und so sehen wir, die 8 der Kelche gehen direkt in die 9 der Kelche. Aber ich habe das Gefühl, da ist vielleicht ein bisschen Zeit, ein bisschen Abstand dazwischen. Also es kann sein, dass diese Karte hier vielleicht etwas ist, was schon ein bisschen länger zurückliegt. Wie auch immer, du hast jetzt für deine Wunscherfüllung wirklich hart gearbeitet und gebuckelt. Deswegen sage ich herzlichen Glückwunsch, das hast du dir verdient. Wir gehen jetzt einmal rein auf die emotionale Ebene. Und da haben wir die 7 der Münzen. Die 7 der Münzen ist eine Karte, wo man sagt, etwas braucht noch ein bisschen mehr Zeit. Es kann hier um Geduld gehen. Aber gerade weil wir das auf Herzebene, auf den Emotionen haben, habe ich das Gefühl, dass es hier etwas gibt, was heilt. Die 7 der Münzen ist eine Heilungskarte. Und so kann es sein, dass das, was du hier auch immer hinter dir lässt, jetzt so langsam heilt. Denn es ist nicht leicht, Sachen loszulassen und sich von Sachen zu distanzieren. Gerade wenn man 8 Kelche hat. Die 8 Kelche, das ist schwer, davon wegzugehen manchmal. Weil man eben sich fragt, hey, kann ich wirklich die 9 Kelche erreichen oder die 10 Kelche erreichen? Sollte ich nicht glücklich und zufrieden sein mit den 8 hier? Und das erfordert ein bisschen Mut, von den 8 Kelchen wegzugehen und zu sagen, ah, ich weiß, da ist noch mehr. Ich habe mehr verdient. Ich möchte mehr. Und deswegen kann es sein, dass diese Karte auch oft mit einer gewissen Traurigkeit kommt. Dieses Gefühl von, okay, ich lasse jetzt was hinter mir, ich lasse was los. Und das nehme ich hier wahr als das, was jetzt so langsam heilt. Das, was auch immer du hinter dir gelassen hast, diese Wunde schließt sich langsam hier. Dein Fokus. Lass mich mal schauen, wo dein Fokus drauf ist. Ja, du bist auch recht zielorientiert hier. Gerade mit einem Ritter der Schwerter gehst du wirklich jetzt nach vorne. Und das fühlt sich an wie fast in ganz großen Schritten mit 9 der Kelche. Und die Person auf der Karte springt ja förmlich ins Glück. Das ist eine sehr energische Karte. Und dann haben wir hier den Ritter der Schwerter. Das ist wieder eine sehr mobile Karte, sage ich mal. Hier ist sehr viel Bewegung drin im Jetzt. Hier ist sehr viel Bewegung drin. Du bist sehr zielorientiert. Du weißt, was du möchtest. Du weißt, was dich glücklich macht hier. Und das fühlt sich so an wie, als ob du so ein bisschen auch Tunnelblick hast auf deine Vision. Du weißt, wo du hin willst und lässt dich nicht irgendwie abhalten. Vielleicht ist hier auch eine interessante, vielleicht ist hier eine wichtige Nachricht auch. Das kann sein, dass du eine Nachricht raussendest oder eine Nachricht reinkommt, weil der Ritter der Schwerter ist auch ein Bote. Der Bote bringt dir Informationen. Und vielleicht bist du die Person, die irgendwie Kontakt aufnimmt mit jemandem, um mit jemandem zu reden. Oder es kann sein, dass jemand hier mit dir redet. Oder auch hier, gerade wenn wir hier in einer Liebesangelegenheit sind, mit der Wunscherfüllung. Zum einen kann das natürlich die Wunscherfüllung sein, wenn du sagst, hey, ich bin Single. Ich habe das hier in der Vergangenheit hinter mir gelassen. Und es hat lange gedauert, bis ich wieder glücklich war, auch mit mir alleine. Dann könnte das darauf hinweisen. Auf der anderen Seite könnte das natürlich darauf hinweisen, dass du hier eine sehr erfüllende, glückliche Partnerschaft liegen hast. Wo du vielleicht lange drauf gewartet hast, wo du das lange aufgebaut hast und jetzt sagst, hey, ich bin jetzt hier wirklich gerade mega glücklich. Dann kann es sein, dass hier aber trotzdem natürlich die Kommunikation stattfindet über gewisse Ziele. Oder dass wichtige Informationen hier sind, über die geredet wird. Lass uns mal schauen, was hier in der nahen Zukunft auf dich zukommt. Da haben wir die 10 der Münzen. Das ist Stabilität hoch 20, würde ich fast sagen. Na, Quatsch. Also die 10 der Münzen ist die Energie von Stabilität, Sicherheit, Familie, Zuhause. Das sagt mir, dass du hier vielleicht das Thema, dass Familie etwas ist, was jetzt hier sehr an erster Stelle steht. Du kümmerst dich hier sehr um die Familie, um das Zuhause, bist sehr darauf fokussiert. Hast vielleicht hier Treffen mit deiner Familie. Auch das natürlich jetzt zu Weihnachten sehr, sehr logisch, dass das sehr wahrscheinlich passiert. Aber das ist eine sehr schöne Karte für alles, was zu tun hat mit dem Zuhause. Das heißt, gemütlich zu Hause sein, in den eigenen vier Wänden es sich gut gehen lassen, in der Fülle zu leben. Vielleicht ein bisschen dann auch über, ja, wie sagt man, in der Fülle leben und das Leben in vollen Zügen genießen, weil du es dir auch einfach verdient hast. Hier ist ganz viel Wert, was hier liegt, ganz viel Wert, Wertschätzung, Wertschätzung auch von der Familie vielleicht. Und ich sage ja, hier die 8 der Münzen, was auch immer dich hier so glücklich macht im Dezember, dafür hast du hart gearbeitet. Und das sehen wir auch hier, was jetzt auf dich zukommt, die 10 der Münzen. Du hast dafür wirklich geackert und gearbeitet. Vielleicht hast du dir deine Familie aufgebaut, dein Zuhause aufgebaut, warst da wirklich sehr, sehr fokussiert. Ich nehme immer noch wahr, dass hier vielleicht eine wichtige Kommunikation ist mit deinem Partner hier, worüber geredet wird oder dass irgendeine Nachricht reinkommt. Und ja, aber grundsätzlich gefällt mir das erstmal soweit ganz gut. Lass mich mal anschauen, was ist deine Energie? Ist das nicht das, was ich schon die ganze Zeit sage? Ihr Krebsis da draußen, ja, die Temperance. Du bist mehr im Gleichgewicht, mehr in der Harmonie. Es verändert sich etwas in dir zum Positiven. Es kann sein, dass das Thema Heilung, emotional, mental, körperlich hier für dich eine große Rolle spielt. Und du sagst, ja, dafür habe ich hart gearbeitet. Wir haben zwei Karten, die sagen Heilung findet statt. Und hier auf Herzebene würde ich sagen, emotionale Heilung findet statt. Zwei Karten für Heilung, zwei Karten auch für ein bisschen Geduld noch. Aber hier sehe ich, dass sich etwas in dir verändert und etwas mehr ins Gleichgewicht kommt in dir. Die äußeren Umstände, Sieg und Erfolg. Ja, das kann sein, dass dein Umfeld dir wirklich sehr viel Wertschätzung entgegenbringt. Und das habe ich hier schon wahrgenommen und das sehe ich hier jetzt wieder. Du lässt dich feiern. Du lässt es dir gut gehen. Lässt es dir gut gehen? Dich gut gehen? Weil auf jeden Fall hast du eine sehr gute Zeit hier. Dein Umfeld ist hier sehr unterstützend. Habe ich das Gefühl. Das kann sein, dass du ein sehr großes Selbstvertrauen hast. Oder ein sehr großes Selbstbewusstsein. Aufgrund dessen, dass dein Umfeld dich so unterstützt. Vielleicht gehst du auch nach außen mit einer Sache und zeigst dich und präsentierst dich. Aber grundsätzlich nehme ich dein Umfeld als sehr wertschätzend wahr. Hier und vielleicht dann auch eben die Person, mit der du es zu tun hast, die natürlich Teil deines Umfeldes ist. Lass uns gucken, was ist der Tipp hier? Der Tipp ist der Bube der Schwerter. Der Bube der Schwerter, da kann es um neue Informationen und Ideen gehen. Vielleicht lernst du hier irgendwas dazu. Ich bekomme gerade rein, sei offen für neue Wege, sei offen für neue Ideen. Das hat hier sehr wahrscheinlich mit dieser Kommunikation zu tun. Vielleicht jemand, der eine Nachricht dir reinkommt und du lernst etwas dazu. Sei offen für neue Wege, kriege ich rein. Vielleicht möchtest du etwas dazu lernen. Das könnte ebenfalls etwas sein. Wenn hier ein Angebot reinkommt, habe ich das Gefühl, dass das etwas Positives ist, weil wir es hier liegen haben in der Hinweis, in der Tipp-Energie. Lass mich mal schauen, wohin das Ganze führt. Ah, das gibt es ja nicht. Und dann haben wir hier, genau wie die Fische, haben wir hier das Ast der Schwerter an letzter Stelle. Ein Erfolgserlebnis, ein Durchbruchserlebnis. Irgendwas wird dir klar. Vielleicht auch hier wieder eine Information, die reinkommt. Das ist ganz spannend, weil wir den Ritter, den Buben und hier das Ast der Schwerter haben, die alle darauf hindeuten, dass etwas, und das sind die positive Karten von den Schwertkarten. Es gibt viele Schwertkarten, die schwierig sind. Du hast aber die positiven hier. Information, zielgerichtet sein, nach vorne gehen, etwas erreichen. Auch wenn du hier in einer Partnerschaft, in einer Beziehung bist, habe ich das Gefühl, dass hier kommuniziert wird über neue Wege, neue Ideen. Es kommt hier neue Klarheit rein. Dich nehme ich grundsätzlich wahr, dass du mehr in dein Gleichgewicht kommst, in die Balance kommst und gegebenenfalls das Thema Heilung etwas ist, was hier eine große Rolle spielt. Ich habe das Gefühl, du hast in der Vergangenheit hier etwas hinter dir gelassen, um deine Wunscherfüllung im Jetzt zu bekommen, für die du sehr stark gearbeitet hast. Und die Früchte deiner harten Arbeit zahlen sich hier weiterhin aus, weil das auch das ist, was jetzt erstmal nachhaltig auf dich zukommt. Das könnte eben ein sehr stabiles Familienumfeld sein oder das Thema Zuhause sein, was hier irgendwie eine Rolle spielt. Für den einen oder anderen kann hier auch sehr, sehr stabile Finanzen liegen, die jetzt hier auf dich zukommen. Grundsätzlich auch hier sehr viel Unterstützung im Außen, die du hier bekommst in dieser Angelegenheit. Dann haben wir den Buben der Schwerter, der eben sagt, ja, hier sei offen für Neues, habe ich das Gefühl. Und dieses Durchbruchserlebnis, da kommt nochmal ein Aha-Moment im Dezember auf dich zu. Und da habe ich das Gefühl, das wird dir auch nochmal helfen, ganz stark hier etwas zu heilen und selber wieder mehr in deine persönliche Harmonie zu kommen. Und das finde ich immer auch ganz wichtig, dass wir, wenn wir diese Legungen machen, wo wir uns auf das Thema Liebe und Beziehungen fokussieren, dass wir nicht die Beziehungen, die wir zu uns selbst haben, außer Acht lassen. Und ich denke, das ist etwas, was ich hier zum einen ganz stark sehe. Was hier wirklich mehr und mehr ins Gleichgewicht kommt. Aber ich nehme auch ganz stark ein ganz soziales, stabiles Umfeld wahr. Wenn es hier um eine ganz bestimmte Partnerschaft für dich geht, ebenfalls hier wird über Zukunftspläne, über Ziele gesprochen. Das kann sein, dass hier ein Umzug stattfindet, gerade diese Konstellation hier. Oder dass ihr jetzt sehr fokussiert darauf seid, ein Haus zu bauen, eine Familie zu gründen, etc. Gerade weil das das ist, worauf es dann hinausläuft. Und ich sehe das Ganze hier als sehr erfolgreich. Neue Ideen, neue Gedanken, die hier auf euch als Paar dann zukommen. Und dieser Erfolgsmoment, dieses Erfolgserlebnis hier. Ich bin mega gespannt. Ich möchte mir jetzt einmal nochmal die Person, mit der du es zu tun hast, die Person, mit der du hier in einer Verbindung bist, im Detail anschauen. Und da gehen wir rein in die Erweiterung auf Vimeo. Der Link ist unter diesem Video. Und wir gucken uns an, was die Person über dich denkt, was sie fühlt, wo steht die Person gerade. Was sind die Wünsche der Person, mit der du zu tun hast, für euch beide. Und auch da nochmal, wie geht es weiter mit euch. Also da gehen wir nochmal ein bisschen tiefer rein und schauen uns die Situation mal von der anderen Seite an. Und ich sage danke fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren, Kanal abonnieren. Schau gerne auch auf Instagram, falls du dort bist. Die Links schreibe ich dir ebenfalls unter dieses Video. Und ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video hier oder auf Vimeo.